Willkommen zu einer kurzen Folge mit dem Band, egal welche Stärke. Heute vor anderem Hintergrund, das hat sich die Diana gewünscht, damit man besser gucken kann. Wir starten mit dem Band so, dass du drin stehst, also auf dem Boden, und stellst dich mit beiden Füßen in die Mitte, Beine ganz zusammen, geschlossene Beine. Wie kurz du das Band fasst, das musst du jetzt ausprobieren. Es soll so sein, dass wenn du gerade stehst, Zug ist auf dem Band, ziemlich Zug, dass du das Gefühl hast, jetzt zieht die Arme, die Schulterblätter runter. Dann lässt du einfach nur das Band wirken und versuchst aber mit deinem Kronenpunkt zur Decke zu wachsen, dass du gut aufgerichtet stehst und deine Wirbelsäule nicht gestaucht wird durch den Druck vom Band. Das ist nur da, um die Schulterblätter und die Arme runter zu ziehen. Wir bleiben einfach so und atmen erst mal nur. Und zwar versuchst einatmen, zuerst in den Bauch, dann in den Brustkorb. Und beim Ausatmen zuerst anspannen den unteren Bauch, nach innen oben ziehen, Luft raus, Luft raus, Luft raus, bis alle Luft raus ist. Einatmen zuerst in den Bauch, dann in den Brustkorb. Und von unten nach oben ausatmen, unteren Bauch, innen oben, Luft geht raus. Probier in Nasenatmung bleiben, sowohl ein- und ausatmen auf die Nase, durch die Nase. Alle Luft raus. Hinfühlen, dass aufgerichtet bleibst, auch beim Ausatmen. Wachsen durch die Krone permanent. Und dann kombinieren wir das mit Bewegung. Einatmen wie eben. Bauch, dann Brustkorb. Mit dem Ausatmen, Kinn zu Kehle, rollst dich nach vorne ab. Da geht jetzt der Zug aus dem Band raus, rollst so weit runter, wie es jetzt gerade angenehm ist, wo auch immer das würdig ist. Und beim Einatmen komm wieder hoch. Zuerst in den Bauch einatmen, dann in den Brustkorb. Ausatmen, wieder abrollen. Das soll so sein, dass wenn du jetzt einatmest beim Hochkommen, dass du das Gefühl hast, die Luft faltet dich auseinander in die Aufrichtung. Ausatmen, runter. Und dann geht zuerst die Luft in den Bauch, richtet den Rumpfenteil auf. Dann in den Brustkorb, richtet den Rest auf. Letztes Mal. Und dann bleib oben gut aufgerichtet und ziehst die gestreckten Arme rückwärts hinter dich. Ich drehe mich seitwärts, dass du es besser siehst. Und zwar bringst die gestreckten Arme nur so weit nach hinten, wie du spürst, dass deine Schulter geöffnet bleibt vorne. Dass du nicht die Schulterblätter so nach vorne machst. Kein Buckel. Auch hinfühlen, ob deine Wirbelsäule stabil bleibt. Man tendiert zu hohlkreuz machen oder den Kopf nach vorne schieben. Das nächste Mal. Bleib hinten an dein Maximum, wo auch immer das ist. Halte dein Maximum. Weiteratmen. und dann löse es auf und komm raus aus dem Band. Fasse es schulterbreit. Nur zwischen Daumen und Zeigefinger, dass du nicht so fest krallen musst. Und dann stellen wir mit den Füßen Faustbreit parallel. Arme gehen hoch über den Kopf und wieder senken. Einatmen, Arme heben und ausatmen, senken. Nächstes Mal. Bleib oben mit den Armen. Geh von hier in eine Seitbeuge. In der Seitbeuge zieht der untere Arm, damit du mehr Stretch kriegst auf der langen Seite. Und dann komm gegen den Zug vom unteren Arm wieder hoch, dass du dafür Kraft brauchst. Und oben lass die Schultern sich lösen. Abrollen in Seitbeuge. Unterer Arm zieht mehr. Gegen den Zug vom Arm. Komm wieder hoch. Schultern lösen. Einatmen. Ausatmen. Zieh. Einatmen. Wieder durch die Luft dich aufrichten. Ausatmen. Schultern lösen. Einatmen. Seitbeuge. Ausatmen. Ziehen. Luft richtet dich auf. Und Schultern lösen. Und aus. Schultern locker. Letztes Mal. Und Arme senken. Jetzt greifst du das Band breiter. Komm darauf an, wie lang dein Band ist. Ich mach jetzt einfach mal so. Und probier's aus. Und zwar geht die Übung so. Die gestreckten Arme gehen hoch über Kopf. Und hinterm Körper probier die gestreckten Arme wieder runter kriegen. Wenn du die Arme nicht gestreckt lassen kannst, dann greif dein Band länger. Manchmal passiert auch, wenn das Band zu kurz ist, dass man einen Arm nach dem anderen hochhebt. Das war nicht gedacht. Probier beide gleichzeitig und beide wirklich gestreckt. Damit die Bewegung an der Schulterkugel ankommt. Auch wieder ohne Huhn, ohne Hohlkreuz. Bleib stabil im Rumpf. Da spürt man am Anfang nicht so wahnsinnig viel. Nach ein paar Wiederholungen merkt man das, dass die Muskulatur direkt an der Schulterkugel ganz schön arbeiten muss. Die wird dann irgendwann relativ plötzlich müde. Den Punkt versuchen wir finden. Das dauert vielleicht noch so zweimal, schätze ich. Noch eins. Und dann bleib mit den Armen vorne und komm ins Sitzen. Also sitzend so, dass du nachher ins Liegen rollen kannst, weil das da noch vorkommt. Also hinten genug Platz für deinen Kopf, dass du nirgendwo dich anstößt. Und dann fass das Band wie der Schulterbreite. Auch nur zwischen Daumen und Zeigefinger, dass du es nicht greifen musst. Richtig mit allen Fingern. Nur zum Einklemmen. Gut. Und dann stell die Fußsohlen auf. Abstand so, dass du die ganze Fußsohle auf den Boden kriegst. Beine geschlossen. Und aufrichten. Schultern lösen. Die hängen hinten runter. Mit dem Ausatmen fang mit dem Steißbein an und roll den runden Rücken nach hinten. Den halben Weg bis auf die Beckenrückseite. Stopp dort Pause. Einatmen. Runden Rücken komm wieder hoch. Und oben aufrichten. Einatmen. Ausatmen fürs Rollen. Pause ein. Runden Rücken komm hoch. Und oben strecken. Dieses Mal bleib unten auf der Beckenrückseite. Stellst davor, das Band wäre wie ein Stock. Und du drehst das Band so, dass es diagonal steht. Also ein Arm hoch, einer runter. Wieder parallel zum Boden. In die andere Diagonale. Hin und her. Hinfühlen an deine Bauchmuskulatur. Vielleicht mach die Augen zu, dass du es besser spürst. Wenn man die Arme in die Diagonale bringt, spannt die eine Bauchhälfte mehr an. Andere Diagonale die andere Bauchhälfte. Einfach nur durch diese leichte Gewichtsverschiebung von den Armen. Sicher sein, dass dein Brustkorb sich nicht bewegt. Lass nur am Knochen. Letztes Mal. Und dann komm hoch. Mach das Band über die Füße drüber. Fass es kurz. Jetzt musst du es richtig greifen. Und roll es dich wieder ab. Wieder bis auf die Beckenrückseite. Und dort beug einen Ellbogen und drehe in diese Richtung. Und wieder strecken. Andere Seite. Beugen und drehen. Ausatmen, beugen und drehen. Achtung. Schultern weg vom Ohr immer. Jetzt drehen wir den Brustkorb. Alle Rippen. Also fühlen, dass auch die unteren Rippen mitgehen. Nicht nur dein Schultergürtel. Letztes Mal jede Seite. Und dann richte dich auf. Streckst die Beine so gut du kannst, dass du gerade sitzen kannst. Ohne Kissen, weil wir Rollen nachher ins Liegen. Gut. Jetzt beugst beide Ellbogen auch. Aber so, dass du die direkt am Körper entlang nach hinten führst. Und wieder vor. Ausatmen, beugen und ziehen. Da soll der Rücken gestreckt sein. Lieber beug die Knie. Der Rücken hat Vorrang jetzt. Weil die Schulterblätter sollen zueinander rutschen. Plus zum Becken. Also nach innen, unten, v-förmig den Rücken runter. Dann, wenn du ziehst. Kombination. Ist die Arme gestreckt, rollst dich ab ins Liegen. Ein Wirbel nach dem anderen. Einatmen, unten. Ausatmen, roll wieder hoch. Und dann oben, wenn du dich aufrichtest, ziehst wieder die Ellbogen nach hinten. Spür den geraden Rücken. Schulterblätter in den unten. Arme wieder vor dich runden vom Steißbein her. Und ein Wirbel nach dem anderen abholen. Und wieder rund, komm hoch. Aufrichten, ziehen. Steißbein beginnt. Und abholen. Noch eins davon. Und dieses Mal, wenn du unten bist. Im Liegen, bleib dort. Beug die Knie und holst die Knie zur Brust. Und dann müssen wir ausprobieren, wie kurz wir das Band greifen müssen. Es soll so sein, dass du die gebeugten Arme mit dem Ellbogen an deiner Seite auf die Matte bringen kannst. Mit breiter Schulter. Und von hier aus streckst beim Ausatmen beide Beine nach vorne. Einatmen, einatmen, beugen. Luft raus fürs Strecken. Noch eins so. Dann hast du zwar das Gleiche mit den Beinen, aber Kopf und Schultergürtel in der Luft. Die Ellbogen drücken trotzdem runter. Dadurch kannst du Hilfe nehmen, hoch zu rollen. Ausatmen, Beine strecken. Einatmen, beugen. Schulterblätter blieben in der Luft, idealerweise. Und dann probieren wir, nur ein Bein nach vorne strecken. Das heißt, das eine bleibt dann in Stuhlposition. Überträgst das Band auf den anderen Fuß. Streckst nach vorne. Beobachten, dein Becken, jetzt bist du hochgerollt. Das sollte nicht ins Schaukeln kommen. Jetzt auch nicht da in der Position, wo du den Übergang machst. Von dem einen Fuß ins Band zum anderen Fuß ins Band. Letztes Mal. Und dann ist gut. Dann roll den Kopf wieder ab. Und dann stellst du die Füße V-förmig. Also, so ein V mit den Füßen. In das Band rein. Dann musst du das ein bisschen auseinander machen, dass du eine Fläche hast. Die Zehen sollen in dem Band drinstehen. Der Vorfuß. Und dann greifst du wieder, so dass du die Ellbogen neben dir auf den Boden kriegst. Das ist das Gleiche im Grunde. Drück die Fersen zusammen. Die Knie sind auseinander. Dann bilden deine Beine einen Frosch. Und aus dem Frosch streck nach vorne. Bis die Beine sich berühren. Vom Gefühl her, die Kniekehlen zueinander drücken. Und dann wieder beugen. Ausatmen. Strecken. Kniekehlen zusammen. Bein Innenseiten zusammen. Und wieder beugen. Fokussier auf die Bein Innenseiten. Du müsstest fühlen. Lass die anspringen am Endpunkt, wenn du streckst. Achtung. Schultern bleiben breit. Versuch den Kopf entspannen. Der liegt einfach da. Und das nächste Mal. Bleib gestreckt mit den Beinen. Senkst beim Ausatmen die gestreckten Beine Richtung Boden. Soweit alle Wirbel im Boden hast. Und hebst die an. Soweit du halten kannst, das Becken im Boden. Da kommst du dann in den Stretch mit den Beinen. Senken. Alle Wirbel in der Matte. Heben. Becken in der Matte. Ausatmen. Versenken. Und das nächste Mal. Den Schwung mit den Beinen. Und komm hoch ins Sitzen. Dort machen wir eine kurze Pause mit dem Band. Legst es kurz an die Seite. Wir brauchen es gleich wieder. Und setz dich weiter vor. An den vorderen Mattenrand. Wir machen Rollen wie ein Ball. Hände auf die Schienbeine. Kommt zum Schwebesitz. Entspann die Schulterblätter. Und dann rollt zurück beim Einatmen auf die Schulterblätter. Mit dem Ausatmen zum Schwebesitz. Einatmen zurück. Ausatmen hoch. Kombination. Rollst wie ein Ball zurück. Hinten. Machst die Arme auf die Matte. Und streckst die Beine über Kopf. Wie ein Ball rollen. Wieder hoch. Oben bleiben im Schwebesitz. Und versuchst Arme und Beine strecken. Wieder beugen. Wie ein Ball zurück. Hinten strecken. Wie ein Ball komm hoch. Schwebesitz halten. Die Strecke reißt die Schikane für. Rund zurück. Das ist Dehnung hinten über Kopf. Und Bauch rein. Letztes Mal. Dann stell die Füße auf. Roll dich ab ins Liegen. Finde wieder dein Band. Und mach das zwischen die Hände. So dass das Band ungefähr wieder Schulterbreite hat. Ein bisschen breiter. Und greif es wieder mit Daumen und Zeigefinger. Die anderen Finger bleiben alle lang. Nimm die Schultern weg vom Ohr. Nackenlang. Und stellst die Füße auf. Faustbreit parallel. Variante von Brücke. Mit dem Ausatmen. Roll hoch in die Brücke. Wenn du oben bist. Senkt die Arme nach vorne. Und dann ziehst du mit den Händen, praktisch mit der kleinen Fingerkante, runter zum Fußboden. Da geht die Schulter noch ein bisschen mehr auf. Schieb das Becken in das Band. Und dann wieder lösen. Abrollen. Bis ins Liegen. Schulterbreit. Ausatmen. Roll hoch. Bis das Band dich berührt. Ziehen beim Einatmen. Schieb das Becken hoch. Dass du die Beinrückseite in den Hintern spürst. Schulter auf. Und wieder abrollen. Ausatmen. Unten ein. Becken locker lassen. Unten. Ausatmen. Komm wieder hoch. Und ziehen. Und ins Band drücken. Und allmählich zurück. Schulter lösen. Noch einen so. Dieses Mal bleib oben in der Brücke. Halt den Druck im Band. Schulter gut auf. Versuchst ein, beiden lösen. Nach vorne strecken. So dass beide Knie auf der gleichen Höhe sind. Wieder zurück das Gewicht. Anderes Bein. Und versuchst üben. Dein Becken oben halten. Trotzdem Druck von dem Band. Lass das ein bisschen selber in der Hand. Wie viel Druck der gibt es. Noch einmal jedes Bein. Und dann rollen wir wieder zurück. Und Arme hoch zur Decke. Die bleiben da. Korrigieren die Schultern weg vom Ohr und breit. Bauch rein. Ein Knie hoch in Stuhlposition. Andere Knie auch. Schließ die Beine. Und dann geh mit beiden Knie zu einer Seite. Auf eine Beckenhälfte rollen. So weit wie der Band genau in der Mitte bleibt. Wieder zurückkommen in die Mitte. Andere Seite. Einatmen. Verdrehen in den Becken. Ausatmen. Zurückkommen. Und dann bleib in der Mitte. Rollst hoch mit Kopf und Schultergürtel. Dass du die Schulterblätter in der Luft hast. Jetzt gehen die Knie zu der einen Seite und dein Brustkorb samt Band zur anderen Seite. Alles wieder in die Mitte zurück. Verdrehen. Gegengleich. Das ist wie ausfringen. Die Verdrehung ist jetzt an der Talge. Wenn du ein Handtuch wirst, ist die Talge jetzt die Stelle, wo das Wasser raus trotzt. Ausfringen. Noch eins. Und dann ist gut. Roll zurück ins Liegen. Dreh den Kopf rechts, links, dass dein Hals wieder entspannt. Machst den Kopf überhaupt bequem. Der bleibt jetzt so. Und wir stellen ein Fuß ins Band rein. Das andere Bein auf den Boden ausstrecken. Und die Ellbogen wieder direkt an deiner Seite auf die Matte drauf. Mit Schulter auf. Und dann streck dein Bein hoch zur Decke. Und machst ein paar Beinkreise. Gib das Gewicht vom Bein ab in das Band. Und jetzt gehst du mehr auf Tempo. Große Kreise flott. Und trotzdem stabil liegen mit dem Rest des Körpers. Und dann wechsel die Richtung. Und oben angekommen, wechsel dein Bein. Unten ausstrecken. Sehr sicher, dass das alles auf der Mitte liegt hier unten. Und dann kreisen. Wieder eher groß und flott. Weil jetzt hier bei der Variante der Fokus ist, dass man ruhig liegt mit dem Rest vom Körper. Und trotzdem einen großen Beinradius hat. Das geht gut mit dem Band. Und Richtung wechseln. Knapp schön. Letztes Mal. Ende mit dem Bein oben. Hol Schwung und komm hoch zum Sitzen. Band hat Pause. Wir gehen in den Seitstütz. Und zwar so. Du stützt auf dem Unterarm. Die Beine sind gestreckt. Jetzt musst du das alles arrangieren. Orientier dich an deiner Mattenkante, Teppichkante, was auch immer da ist. Ellbogen, Becken, Beine parallel. Gut. Und dann lässt dich erst mal einsinken auf deine Stützschulter, dass die zum Ohr rutscht. Und beim Ausatmen drück dich weg von der Matte. Dann rutscht die Schulter weg vom Ohr. Und du müsstest Anspannung spüren. Die ganze Seite runter. Mach mal die Hand dran. An die unteren Rippen. Einsinken. Und ausatmen. Komm hoch. Jetzt müsstest du unter der Hand spüren, wie die Muskulatur anspannt. Und dann bleibst du natürlich so. Und lass die Hand so, weil dann spürst du, wenn du da locker lässt. Und dann machen wir ein bisschen Bein. Das obere Bein auf Beckenhöhe heben. Vor und rück. Ausatmen vor. Einatmen rück. Und dann endest du hinten mit dem Bein. Und machst hinten Federn gegen die Decke. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Müsst du ankommen in der seitlichen Po-Muskulatur. Aus der Seite und hinten. Wenn es dann nicht ankommt, dann bist du vermutlich hier eingesunken. Spann dich an. Komm, das sind noch zehn. Und dann ist gut. Dann schließt die Beine. Jetzt stellst du die Füße voreinander. Das obere Bein steht vorne in Schrittstellung. Das heißt, der obere Fuß steht auf der Fußinnenkante. Und das hintere Bein dahinter auf der Außenkante. Korrigiere deine Schulter. Nicht einsinken. Versuchst anheben dein Becken, dass du jetzt auf den Fußkanten und auf dem Unterarm stehst. Der freie Arm ist zur Decke. Zeitstütz. Entweder du bleibst so. Oder wenn nicht raus, schiebst den Arm unterm Körper durch. Sodass dein Brustkorb sich dreht. Und öffne den Arm nach rückwärts. Der Brustkorb dreht sich in die Gegenrichtung. Jetzt dreht sich der Brustkorb um deinen Stützarm. Noch eins. Und dann Becken senken. Beine auf die andere Seite. Selbe Spiel nochmal. Bau erst die parallele Linie. Bein, Becken, Ellbogen. Einsinken in die Schulter. Mach die Hand schon mal an die unteren Rippen. Ausatmen. Dich wegdrücken vom Boden. Und fühlen, wie die ganze seitliche Bahn anspannt. Wieder einsinken. Ausatmen. Komm raus. Und dann bleib raus. Oberes Bein auf Beckenhöhe. Vor, rück. Aus für vor. Ein für rück. Ohne die Spannung an der Seite zu verlieren. Letztes Mal Ende hinten. Gut. Jetzt federn mit dem Bein zur Dicke. Nach oben federn, nicht nach unten. Und hoch. Und hoch. Genau. So, dass du es spürst in der Po-Muskulatur. Achtung. Halte deine Seite. Weil sonst geht es auf die Taille. Das ist halt eine andere Muskulatur. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Aber es ist halt was anderes. Jetzt wollen wir ein bisschen Hintern haben. Dann sind es noch zehn. Noch fünf. Und dann ist gut. Dann schließt die Beine. Schrittstellung. Oberes Bein steht vorne. Auf der Innenkante vom Fuß. Das untere Bein dahinter. Auf der Außenkante vom Fuß. Und korrigiere deinen Stütz. Lass mal die Hand dran. Fürs Becken hochheben. In eine linke Zeit. Stütz. Arms zur Dicke. Entweder halten. Oder du probierst die Rotation. Unten durch. Einatmen. Öffnen. Nach hinten. Und ausatmen. Nach unten durch. Noch eins davon. Und dann ist gut. Senk dein Becken ab. Nimm dein Band wieder zwischen die Hände. Wir machen eine Bauchlage. Ich drehe noch ein bisschen, dass man besser gucken kann. Und zwar greifst du das Schulterbreit wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. Und die Arme sind nach vorne. Die Beine kannst du auch auseinander machen. So breit wie die Arme auseinander sind. Und dann bügel dein Becken flach in die Matte. Und schieb die Hände richtig gut weit nach vorne, bis du die Schultern zum Ohr hast. Und dann beim Einatmen komm hoch mit Kopf und Brustkorb. Und dabei zieh die Schulterblätter den Rücken runter. Da schleifen die Hände am Boden entlang. Und mach nur kleine Rückbeuge. Nur oberer Rücken. Und wieder abrollen. Einatmen. Oberen Rücken in Rückbeuge. Bringen Schulterblätter runterziehen. Und dann bleib in dieser kleinen Rückbeuge vom oberen Rücken. Hebst an einen Arm. Dabei dreht sich der Brustkorb ein bisschen in die Richtung vom hebenden Arm. Und wieder absenken. Andere Seite. Das heißt, wir bringen das Band wieder in die Diagonale. So ähnlich wie Anfang der Stunde. Nur jetzt mit hohlem Rücken. Vorhin war es mit rundem Rücken. Einatmen, wenn du hebst. Das ist Rückbeuge mit Rotation. Noch einmal jede Seite. Und dann bleib unten. Und bring das Band nach hinten über einen Fuß. Und fangst ein wie Lasso. Und nimmst beide Bandenden in eine Hand. Und ziehst die Ferse zum Hintern. Damit du Dehnung kriegst auf dem Oberschenkel. Dafür machst du jetzt mal die Beine zusammen. Das Becken ganz flach in die Matte. Das ist jetzt der wichtigste Teil, dass du das Becken flach runterdrückst. Die andere Hand geht unter die Stirn. Und jetzt drückst du mit dem Unterarm vorne auf den Boden. Und hilfst dir hochkommen in wieder kleine Rückbeuge. Und dann wieder abräumen. Einatmen, hochkommen in Rückbeuge. Mit der anderen Hand ziehst du die Ferse permanent zum Hintern. Dass du im Stretch bleibst. Auch dann, wenn du in die Rückbeuge kommst. Nächstes Mal. Bleib oben in der Rückbeuge. Hält sie einfach. Und jetzt versuchst du mit der Ferse am Hintern das Knie hinten anheben. Und senken. Das wird nicht viel gehen. Wenn du dein Becken richtig flach in den Boden drückst, kriegst du das Knie vielleicht so 2-3 cm von der Matte weg. Schon okay. Das ist wenig. Macht nichts. Lass die Ferse beim Hintern. Du wirst spüren, dass die Beinrückseite ziemlich anspannt. Die muss ziemlich arbeiten. Zieh die Ferse. Plus du hast Stretch vorne am Oberschenkel. Oh, dann bleib in der Rückbeuge. Meine wurde schon zu klein. Oh, noch eins. Sonst wird es zittrig. Dann reicht es. Dann machen wir die andere Seite. Fängst den anderen Fuß ein mit dem Band. Freie Hand ist unter der Stirn. Erstmal noch nichts machen. Einfach nur Ferse zum Hintern ziehen. Beine zusammen. Becken flach in den Boden drücken, dass du den Stretch spürst. Becken flach, wichtigster Teil. Don't forget. Gut. So, dann. Andere Hand unter die Stirn. Machen wir kleine Rückbeugen. Einatmen, einatmen, hochkommen, ausatmen, abrollen. Mit genau immer Ferse zum Hintern ziehen. So, dass du im Stretch bleibst, auch wenn du auf- und abrollst. Oben bleibst du das nächste Mal. Halten. Zwei Stück. Boah, zieht das schon. Und dann ist gut. Komm raus aus dem Band. Band hat fertig. Leg es weg. Und nimm die Hände unter die Schultern. Stütz dich zurück und setz das Becken nach hinten auf die Fersen. Und lass die Arme so weit vorne, wie du kannst. Von hier hebst du das Becken wieder an. Dadurch kommst du über Vierfüßler. Schieb dein Becken nach vorne Richtung Hände. Jetzt gehen wir in große Rückbeuge. Öffnen deinen Rücken. Und dann sitzt das Becken wieder nach hinten. Ausatmen, wenn du bist in der Rest Position. Also hier, wo du auf den Fersen sitzt. Und einatmen, wenn du vorne versuchst, den Brustkorb öffnen. Und senkst das Becken natürlich nur so weit, wie dir das nicht wehtut. Das musst du einfach ausprobieren. Kann sein, dass das von Mal zu Mal auch sich verändert. Körpervorderseite lang machen. Im Prinzip musst du auseinander dehnen lassen. Die Muskeln an der Vorderseite. Also vorne Brustkorb, Bauchmuskeln, Leisten. Kannst du dir auch vorstellen, als wäre das ein Gummiband. Was sich auseinander zieht. Lang, lang, lang. Und dann ist gut. Dann bleib hinten. Atme nochmal in den Rücken. In die Stelle, die vielleicht noch ein bisschen zwickt. Und dann stell die Füße auf, auf Zehenstand. Bring die Hände näher, dass du die Knie heben kannst in Hocke. Und von hier streck deine Beine fast nicht ganz, dass du nochmal hängen kannst mit dem Oberkörper. Atme alle Luft raus. Und dann mit dem Einatmen faltest du dich wieder auseinander. Ganz hoch in den Stand. Und das war's für heute. Bis demnächst. Mach's gut.